Ich lege die Wände nochmal nach oben. Hier kann ich den Müderlein reiben, das ist ein Stück. Das ist ganz flach rein, ganz flach und voll ist das Kumpel. Jetzt versucht man hier also noch seitlich reinlegen. Ich sollte mit dem Arm nochmal zu den Recken oben geworfen. Na gut, das sinkt hier wieder. So weit es geht, diese Seite zu strecken. Direkt nach oben und bei den Abtrecken das Gummiband nach unten ziehen, dass ihr wirklich auch in diese Achselbereiche reinkommt.